Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. So, und ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen was gemacht. Ich habe noch zwei Forschungsaufträge in Auftrag gegeben und ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir jetzt hier diese neue Achterbahn kaufen soll. Ich tendiere zu einem klaren Ja. So, und es ist natürlich nur noch die Frage, wo wir das Schmuckstück hier hinbauen. Ähm, ich wäre ja fast dafür, die hier vorne so hinzubauen, auf die Ecke. Aber, Moment, ich muss, glaube ich, hier den Weg mal deinstallieren. So. So. Wegeterrain. Kamera ist frei beweglich. Huch, scheiße, das wollte ich nicht. Machen wir so. So, alles wieder repariert, alles wieder gut. Und wir bauen eine neue Achterbahn, wie gesagt. Die bauen wir hier irgendwo hin. Jupp, jupp, jupp. So. Mal gucken, ob wir die hier so einfach mal eben sitzen können. Und hier sitzt er eben nicht. Ach so, wegen diesem einen Bein wahrscheinlich. Jetzt würde er es machen. Aber dafür ist es hier vorne ein bisschen zu... Ja, es ist immer ein bisschen zu eng hier, glaube ich. Hier würde es gehen. Nee, so ganz gefällt mir das nicht an dieser Stelle. Gefällt mir jetzt so nicht. Vielleicht muss ich es doch andersrum drehen. So vielleicht. Hier würde es so hinpassen. Aber auch nicht so, wie ich das haben will. Hier vorne vielleicht so ein bisschen. Hier würde es gehen. Hm. Das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wäre ich also wahrscheinlich dann doch eher auf dieser Seite setzen müssen. Wäre ich das jetzt hier hin? Boah, es ist erst mal einfach hier hin. Sonst können wir das ja immer noch... Sonst können wir das immer noch anders bauen. So. Aber hier müssen wir natürlich einen Eingang platzieren. Den setzen wir hier vorne hin. Den Ausgang packen wir gleich daneben. Was? So. Äh, so. Eingang verbinden. So. Machen wir einmal hier rum. Da rum. Ähm. Ähm. Und das Ganze auch noch mal als Ausgang, natürlich. Das ist ein bisschen zu lang. Warte mal. So. Dann können wir die auch ein bisschen länger machen. Jetzt wieder auf zwei. Vielleicht mal in die Richtung gebaut. Machen wir das da hin. Ah, so ganz optimal ist das nicht hier. Pass mal auf, wir machen das immer schon anders. So. So. Genauso setze ich das hin. So. Wunderbest. So. Dann machen wir da, gucken wir auch hier. Zehn Dollar. Müssen wir mal gucken, ob es das wert ist. Ob die das mitmachen, die Leute. Ähm. Ähm. Anzahl Wagen. Machen wir mal drei direkt auf Maximum. Halb besetzt. Abfahrtintervall drei Sekunden. Dann müssen wir mal gucken. Baue einen gesonderten Abschnitt der Warteschlange nur für Premium Passbesitzer. gesonderten Abschnitt der Warteschlange. Gesonderten Abschnitt der Warteschlange. Aktiv. Ah. Meine Maus hängt irgendwie gerade. Premium Pass Eingang nutzen. Ah, okay. Verstehe. Ähm. Dann machen wir mal kurz Wege weg. Ah. Okay. Jetzt verstehe ich das. Man kann also, mit dem Premium Pass hat man also einen Vorteil. Hier kann ich den nicht setzen. Machen wir sonst hier vorne hin. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht. Premiumausgang platzieren. Das ist, äh. Ist hier ein bisschen schwierig. Äh. Äh. Da gibt es kein Tooltip zu. Was macht hier irgendwie auch keinen Sinn, das Ganze? Ne, Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ausgang. Weil hier kann ich das nicht setzen. Ich kann das wirklich nur in einer Warteschlange setzen. Also irgendwie ist mir das noch so ein bisschen suspekt, das Ganze. Hier können wir es auch nicht hinsetzen. Kann man sicherlich kommen, weißt du was? Wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders. Wir machen das einfach raus. Ne, ich will das einfach weg haben. Pass mal auf. Dann machen wir das nicht gleich an. Zack. Ne. Das müssen wir noch mal anders überdenken. Also das gibt auf jeden Fall, aber warum gibt es noch einen Ausgang? Premiumausgang. Das muss auch Sinn machen, Premiumausgang hier vorne zu machen. Da verstehe ich das jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich verstehe ich es gerade nicht. Das ist mir klar, aber... Premiumausgang. Premiumeingang ist klar. Da kann man sich dann halt so ein bisschen die Wartezeit verkürzen. Das macht Sinn. Aber Ausgang, warum Ausgang? Weil man sonst unter Umständen sich dann die Zeit sparen kann, woanders hingehen kann. Müssen wir mal woanders ausprobieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hier. Könnten wir hier irgendwo das mal ausprobieren. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit. Ja gut, da müssen wir mal außen rumrennen. Das ist auch nicht gerade Premium. Aber da gibt es auch keine große Premiummöglichkeit. Probier das glaube ich mal hier aus. Oder können wir das hier ausprobieren? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich werde es einfach mal versuchen. Was hier geht. Warteschlange. Ticketpreise. Eingang verschieben. Premiumpass aktivieren. Ne, warte mal. Ich würde mal eine Sache kurz gucken. Ey, das kann ich nicht machen. Das ist ein Premiumeingang. So. Was geht hier denn ab? Och Mann. Das finde ich ja gar nicht lustig. Warum setzt er denn? Was macht denn Premiumausgang hier für einen Sinn? Wäre ungültig. Ja, das ist ja alles gut und schön. Aber Ausgang. Warteschlange verbinden. Premiumausgang platzieren. Ich glaube, das müsste ich dann mal irgendwie anders machen. Das gefällt mir so nicht. Nein. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ach, scheiße. Ich würde noch mal, das ist doch jetzt echt Mist. Kann ich, warte mal, ich muss mal einmal zurückgehen. Rückgängig. Oh, ein Glück. So, das will ich weg haben. So, pass mal auf. Und dann können wir das auch wieder testen. Das müssen wir jetzt testen und dann können wir wieder starten. Oh Mann. Das heißt, wie mache ich denn das? Es gibt einen Premiumausgang. Premiumausgang, Premiumeingang. Na gut, dass du bevorzugt reinkommst. Das ist ja schon mal klar. Das macht Sinn, wenn du hier einen Premiumeingang hast, dass du hier separat reinkommst. Dass du quasi in einen Teil der Stange, äh Stange, ja, in einen Teil der Schlange umgehen kannst. Macht Sinn. Aber einen Premiumausgang, dass du dann auch nochmal raus darfst. Macht jetzt für mich irgendwie gar keinen Sinn. Also keinen allzu großen, zumindest. So, hier muss man auch noch ein bisschen was machen. Weil das sieht so ein bisschen trist aus hier. Parkbewertung plus 104, das ist schön, das freut mich. Aber brauchen wir es mal ein bisschen, ein bisschen Bäume oder irgendwas hier her. Ne, das ist genau. So ein welches Bäumchen hier. Ja, gut zum Baum, das sieht aber auch irgendwie so ein bisschen verloren aus da drin. Hier kann man vielleicht ein Bäumchen hinsetzen. Mittendrin mal das ein oder andere Bäumchen. So, vielleicht hier nochmal so ein Ding, so ein Baum. Hier nochmal ein Bäumchen hinsetzen, dann sieht das nicht ganz so, ganz so trist aus. Vielleicht noch ein, ne, hier macht das nicht. Da, habe ich nicht angeklickt, aber ist egal. Ein bisschen ausschmücken mit Bäumen, aber das sieht, glaube ich, ein bisschen schicker aus. Vielleicht auch mal das ein oder andere Bäumchen hin. So. Uh, wo sind wir in der Mauer drin hier? Na gut, hier wird wahrscheinlich hier vorne auch nicht allzu viel passieren. So, mal hier noch ein bisschen ausschmücken. Hier vorne können wir uns auch ein paar Büsche hinsetzen. Was sind das ja eigentlich? Efeu, okay. Okay. Wollen wir mal ein bisschen grün machen, alle ist das, das sieht auch ein bisschen schöner aus. Oh, da haben wir auch so große Bäume. Ne, passt ja auch nirgends hin. Oh, da haben wir so ein paar kleinere Bäume. Na, da wäre es vielleicht nicht ganz so schlau. Lass mal auf den Moment gleich viel weg. Den bauen wir mal weg. So, hier ein paar Bäumchen hin. Jetzt haben wir noch Schönes. Können wir alles mal so ein bisschen hier. Ah, das passt jetzt vielleicht nicht so gut. Ne. Standard Busch. Ich hätte mal richtig Bock auf eine Wasserbahn. Vorne passt ja auch noch was hin. Ja. Hier ist auch noch ein bisschen nackig. Hier ist auch noch ein bisschen nackig. Hier vorne könnte ich noch gut was hinsetzen, so. Das war sehr Busch-lastig, aber das passt schon so. Ich glaube, da ist mehr grün als in unserem restlichen Park. Das sieht schon schick aus mit der Beleuchtung. Können noch ein bisschen mehr Beleuchtung sein. Hier vorne muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Aber es gefällt mir so schon ganz gut. Also, ich hatte ja noch ein bisschen was in die Forschung gegeben. Ah, siehste. Pressluft mit Schwung. Magische Momente. Sehr schön. Hammer Swing. Nervenkitzel. Geschäft. Weiter. Und was haben wir hier? Magic Twill. Familiengeschäft. Auch schön. Sprunghaft ansteigender Nervenkitzel. Kommt nie aus der Mode. Ja, okay. 13.000. Dann würde ich mal sagen, investieren wir auf jeden Fall schon mal wieder in ein neues Fahrgeschäft. Vielleicht können wir es ja da mal gebacken mit diesem, ähm, mit diesem Premium. Das würde mich echt mal interessieren. Spaß. Ja, es ist halt ein Familiengeschäft. Äh, Familienattraktion. Oh, ja, wirklich viel Platz ist ja hier nun auch nicht. Ach, guck mal, ich habe hier auch noch gar nicht so ein Karussell gebaut. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Vielleicht dann auch mal. Hier passt es natürlich nicht hin. Wollen wir mal hier hin. So, Eingang platzieren. Äh, auf der anderen Seite ist es ein bisschen langweilig, ne? Packen wir es mal hier hin. Ausgang platzieren wir mal da hin. So, da gehe ich dann rüber. Eingang platzieren, Eingang mit Weg verbinden. Möchte aber ganz gerne mal schauen, wie das hier mit dem verschiedenen Premium-Pass aktivieren. Eingang platzieren, Eingang verbinden. Machen wir das mal so. So, und das lassen wir mal an der Stelle. Pass auf, dann machen wir nämlich hier noch einen normalen Weg. So, das noch ein bisschen. So, und jetzt bauen wir uns hier mal an der Ecke direkt mal einen Premium-Eingang. So, Premium-Eingang. Premium-Pass-Ausgang. Machen wir jetzt einfach mal hier. Darf ich gar nicht. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Für mich wäre das eigentlich, wo ich jetzt gerade, was ich hier gerade bewege, das wäre eigentlich für mich ein Premium-Eingang. Und das wäre für mich ein Premium-Ausgang hier. Ich setze den mal hier vorne hin. Und dann den Premium-Ausgang setze ich mal hier. So, jetzt setzt er das nämlich auf. Weil für mich ist das ein Eingang. Premium-Ausgang. Das sagt er als Premium-Ausgang. Obwohl, das sieht für mich eher nach einem Eingang aus. Und das ist der Premium-Eingang. Und das sieht für mich eher wie ein Ausgang aus. Also das ist ein bisschen... Ein bisschen merkwürdig. Dann setzen wir das mal hier vorne hin. Ähm... Ach, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Moment. Na, ah! Pass mal auf. Wir machen das mal anders. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Mach das mal raus. Das machen wir auch mal weg. Geht nicht. Ein klassischer Denkfehler. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Vielleicht... So, Moment. Premium-Ausgang. Ne, weiß ich nicht. Okay. Ich kann ihn nur hier setzen. Premium-Pass-Eingang. Setze ich jetzt mal hier hin. Premium-Pass-Ausgang. Setze ich mal da hin. Das hatte ich doch eben auch schon so. Warum funktioniert das denn nicht? Warteschlange verbinden. Da kann ich nicht verbinden. Okay. Ich möchte mal wissen, wo ich den jetzt hier nicht setzen kann. Irgendwie ist mir das noch ein bisschen suspekt, das Ganze. Ich hätte jetzt gedacht, okay, es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass man dann direkt Zugriff auf die Attraktivität, auf die Attraktion hat, dass man jetzt sagt, wenn man jetzt einen Premium-Eingang hat, dass ich jetzt hier zum Beispiel einen hinbaue, dass die Leute hier als erstes reingelassen werden. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass der Eingang und Ausgang, dass das die beiden Sachen vertauscht sind. Und verbinden kann ich die auch mit einem normalen Weg nicht. Also das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mich dann wahrscheinlich erst mal ein bisschen mit bläsen. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen dann die restlichen Wege noch. Und dann machen wir erst mal straight hier vorne so lang. So. Können wir direkt mal heranführen. Und dann können wir die auch eröffnen. 4,50. Hier muss man auch noch ein bisschen ausschmücken alles. Hier muss man auch noch ein bisschen ausschmücken. E4. Zwei. Zwei. Das war's für heute. 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 Das gefällt mir besser. So sehe ich auch ein bisschen mehr. Das war's für heute. 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 Ja, also wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf Planet Coaster und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge dann auch wieder. Macht's gut. Tschüssings. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, hey.